moin sender willkommen bei staffel 24 mit der folge nummer 22 mit ragnar hallo ja und es ist ein neuer tag und wieder angebrochen wir haben jetzt sonntag ist tag 3 wir wollen jetzt mal keine ja die finden halt keine gegner alle immer an uns vorbei das ist doof alter wie viele bär hier sind mhm und schweine ey guck mal hier wie viel trocken hast du die Brüder rund das gute Bär auch noch ey Junge einfach nicht das Wasser latschen dann irgendwann ja jetzt machen die beiden muss man sagen perfekt ja jetzt hat er nicht viel aus dem Krieg ja ja warte komm jetzt warst du zu mir in der Zeit organisier ich das Boot oder stehe ich ja da geht es wohl erstmal nicht mehr in der Aufnahm sein denn geht es nicht so und dann ist das jetzt so soll er sich auskommt das ist ja ja alles schnell genau das ist ja so das schreit das ist ja was wir müssen ja gucken die sieben 80 8 wir haben es noch ein bisschen Ich vergesse jedes Mal, wenn ich da hinfahre. Ich auch. Ja, das ist nicht so schlimm. Fahren wir nur ganz kurz zur Kasse hin. Wollen wir was erholen oder was? Ich würde es machen, weil... Das ist die beste Sache. Ja, gut. Dann machen wir kurz den Cut. So, jetzt haben wir alles. Ja. Bisschen kalt. Ja, mit der Schlaße. Bisschen frieren, ja. Ja, eigentlich ist der Plunder hinzufahren. Wir haben ja alles. Aber, ähm, ja. Andere Action-Mail. Okay. Nimm mal das. Cool, danke. Die Kundelecken noch! Okay. Es ist voll. Sehr gut. überlegt ja keine keine Base bauern, nur von dem lebt man die Tür, so ein Buschkrepp quasi. Aber wo willst du denn übernachten? Hä? Wo willst du übernachten? Übernachten? Im Spiel meine ich. Ja. Übernachten tue ich da, wo ich man finde. Achso, du meinst mich auslocken? Ja genau, wenn du dich auslockst, wenn du keine Base hast, wenn du man findest. Dann versauge ich mir durch Tauschende die Powerflasche und dann ist es eher wie künktes Wasser. Das würde noch gehen. Versteckte Buschpresse. Ja. Oder ich lock mich einfach irgendwie auspassbar. Genau, das geht auch noch. Nein. Ja. Ich kenne hier. Äh, wir gehen. Geil, wenn du zum nächsten Mal. Jungs. Ja, ganz schön. Ja, ganz schön. Du bist ja schon. Ja. 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 Das ist ja nicht funktioniert. Ja, klar. Ist gerade zu der Eingang? Ich glaube, ja. Ja. Ja, bei der Großkanz von hinten rechts. Jetzt wollen wir. Ich war mal direkt auf den Eingang und er springt vielleicht auf den Weg. So, jetzt will ich bloß mal gerne wissen, ob er ein bisschen süß da aussieht. Ja, sind drauf, gut. Also kein Spieler. Ist es gut so für dich von der Atterne? Ja, das passt. Passt, gut. Du hast den Slapper. Ja, dann lass uns anfangen. Koppels. Koppels. Kannst du auch mitmachen, ne? Ja. Jetzt hat sich das kleiner, ey. Hüt. Gut. Äh. Ah, da. Oh, nachladen. Das verpaddel ich immer wieder, ey. Hüt. Gut. Äh. Jetzt versteckt er sich wieder hinter. Die Sau. Okay. Ich bin mal in der nächsten Phase. Warte. Hallo. Gegner. Ja, ich denk's mir auch gut. Hubschuss. Da hinten läuft einer. Da. Da seh ich bloß. Ah, sind zwei. Ich seh bloß die Beine. Und die Beine schießen macht ja wenig Sinn. Ja. Oben rechts. Hüt. Nein, ich schieße nicht einfach seine Scheiße. Oh, seine Beine, ja. Genau zwischen den Beinen. Hm. Hm. Ah, der hinten ist ja. Down. Hm. Hm. Hüt. Oh, ich fang mal anders. Ich weiß nicht. Sit down, please. Jo. Hier müsste man nicht. Aufschub treffen können. Ah, da oben links ist einer. Oben links. Ah. Hubschuss. Ah, da ganz oben ist einer. Hubschuss. Unten rechts. Unten rechts. Wo unten rechts? Zweite, erste, dritte. Ah, da. Oh nein, daneben. Nein, da red weg, die Sau. Aber ich sehe noch. Ach, da sind sie wieder. Hinter dem Ding da versteckt. Das ist doch. Oh, da oben rechts und zwei. Ach, hier bin ich scheiße. Nein, die geht nicht weg. Einer ist da. Einer ist da. Ach. Oh, da rennt einer hoch um links. Nein. Nein. Mal eine Hütte kriegt. Hit. Muni-Mangel. Hitschub. Leider down. Guck mal, da links kommt einer. Links sind zwei. Oben ist auch noch einer. Ja, ich sehe ihn. Kann nur die Schulter treffen höchstens. Oh, hat gereicht. Oh. Da kommt einer runter. Ach. Was semmelt also. Zweite Etage. Ah. Hinten der Posten. Api. Ich meine, alle will ich nie wegkratzen. Das ist dann so. Da kommt einer. Hauptschluss, aber er hat's überlebt. Nichts. Ach, da umrennt einer. Ah, der rennt um die Ecke. Ah, warte mal. Ah, nee, nicht weiter rein. Äh. Ab den Kack. Ah. Ah. Ach, da oben kommt wieder einer. Down. Kommt einer die Treppe runter, glaube ich. Ja. Treppe, Treppe. Wo, wo, wo? Hopp. Oben, oben. Ganz oben. Ah, da, ja. Zwei, oder? Drei, oder? Drei. Ach, immer wenn's drüber ankommt, ist die Muni alle, Alter. Machen wir schon größere Magazin für die Bolt, ey. Ist das zu kotzen. Da kommt wieder einer oben links. Den könnte ich kriegen. Ja, hab ich. Ich glaub, wir können reinfahren, oder? Ja, schon längst, ey. Das ist eigentlich 4 zu 4. Die meisten sind ja oben noch. Auf der anderen Seite sind auch noch einige. Ja. Da kann ich ja von looten, damit ich das hinten aufnehmen. Nö, kannst du looten. So, gehen wir jetzt die erste Taste looten. Ja, du läufst die Seite rum, ich auf die Seite rum. Das war's schon, ne? Hm. Nein, da hab ich noch. Hast du den schon? Ich hab' ich schon, ja. Laufen wir jetzt die nächste Taste an. Ja, mit einer Bolt ist das hier gar kein Problem. Also, ich mach' das immer so. Einer wartet. Ich mach' den Pick-a-Poo, ne? So, und dann kommen sie ja und wollen mich ja, ne? Und dann warten wir, bis sie runterkommen und knallen sie ab. Natürlich ist die hinterherlaufen, oder solche Worte? Du kannst, äh, hinterherkommen. Du musst hinterherkommen. Hast du was beschlagen mit? Ja, das müsste. So, guck mal, hier ist Öl. Das solltest du auf jeden Fall mal mitnehmen. Weil wir haben doch 64 oder so. Elektroscheißung. Baggage. Hier könnte es ein bisschen zwiggi werden. Erstmal Öl. Da liegt da oben am, äh, sehr viele hocken. Links über uns, da läuft manchmal einer so lang. Hm. Hier, bis essen meine Brauen? Oh, warte mal. Siehst du, Essen ist gut. Gute Idee. Ja, ich hab's nicht. Warte, ich nehm's Öl mit. Ich nehm's Öl mit. Okay. Brauchst du noch Essen? Hab ich noch Gewiss und gleich? Ja, das reicht jetzt erstmal so weit. So, dann... Hier ist noch Öl. Bei mir. Warte, bei mir auch. Bist du jetzt hin? Äh, wieder zurückgelaufen. Ach so. Zu kalt, nur das 8 Grad. Warte, ey. Warte, ey. Warte. 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 Ist down. Der war hinter uns, wo wir eigentlich gecleared hatten. Hmhm. So. Und jetzt stell ich mal hier hin. Hier so. Und wenn jetzt einer kommt, dann kannst du ein Rücken schießen. Jo. Hallo. Wo ist einer? Okay, ganz hoch kommen. Jo. Und dann nach links. Jetzt hast du die grüne. Schon mal. Oh, gerade so gereicht. Oh, das ist ein neuer. Gut. Ich fände mal den aus dem Scheiß hier ein. Ladpanel ist gut. Uh, der Kiste. Alles klar. Alright. Warten wir jetzt mal hier lang. Okay, hier ist noch mal ein Fass. Alter, ein Fass. Das ist noch eine rote Tolle. Okay, laufen wir jetzt hier jetzt. Mhm. Jetzt kannst du dich hier hinstellen. Ja. Hier. Äh, kannst du hochkommen? Über die ist einer sieht man aber nicht. Jetzt laufen wir hier lang. Oben ist keiner. Wie schnell den, ob du den Kern rückenschießt hier. Oh, ich bin falsch. Gut. Jetzt finde ich blöd, dass die die Schritte weggemacht haben. Oh, jetzt spinnt das hier wieder rum, ey. Warte. Oh. 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 Tür ist offen. Kommt noch einer. Müsste noch einer kommen. Soll erst anders gelaufen. Machst du die Ton? So ein A. Ich glaube es sind zwei. Weiß ich nicht genau. Mal kurz mal rein. Mal kurz rein. Mal kurz rein. Oh, hier ist noch Sklappen Fernwäser. Äh, Fernwäser, Zahn, ähm, Zahnräder. Was auch jetzt stellst du dich hier so hin. Mhm. Und schmutz genau auf dieses Dreieck hier. Da, diesen Schlitz. Den ersten. Mhm. mhm. Ja. Ich, äh, lock sie jetzt. Okay, hat geklappt. Jetzt kannst du nämlich gleich, wenn sie kommen, direkt. den hab ich eigentlich getroffen. Komm, einer oder zwei? Einer. Ah, okay. Meiner Helm hat der. Brauchst du spritzen? Ne, hab ich noch. Hab ich alles gut. Ich muss voll mit spritzen mittlerweile. So, ich hol den nächsten. Oh, da ist er. Den kann ich... Was da hin? Ich muss ganz hochkommen. Mhm. Ach so, halt. Wir müssen den blauen machen. Hier unten. Stimmt. kann ich nicht lernen kannst du das ist geil aber ich bin auch schon wieder so voll hier kann ich wegschmeißen und es mit behalten mal lieber jetzt habe ich das große kann weg die scheiße hier ja musst du nehmen die schritte weiß nicht sucht jemand aus davon hat immer das auf jeden fall mitnehmen und blöden helme beschissen die rosa so beschissen das alles eigentlich nur zeigt womit wir wichtig ist genau mit drauf und mann mit kannst jetzt mal den stellen der komplett runter hier drinnen und dann nach links kennst du den typen ja 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 kann auch manchmal zwei sein auch schon gehabt da war ich dann hart überrascht minus 14 grad damit dann muss ich mir jetzt bei ihnen dass wir die typen ich bin die treppe hoch verstehe ich jetzt gucke so was hier noch ist weil wir müssen uns echt beeilen dass ich an die flamme rankommen da oder ist okay okay das kann ja ist egal ich kommen mit dem schrauben sie besser für uns nachher wollte sagen kommt im heli wo ich jetzt gespawnt ich weiß nicht alle mehr schießen import schlampe ich finde ein problem mache ich so fort nein klamotten jetzt ist ein herbert anziehen das ist allzu sehr viel spritzen habe ich genügend hier wirklich die sie mir nicht mehr die plattform ist sich frei das ist gut dass ich die nachher so stelle dass der nicht von den großen zerstört wird der landet und autofahrer ja 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 ich ja 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 4 grad schon ja ja ich ja 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 ich ja 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 Ist die Kästchen auch da? Ja. Ich weiß nicht, Bucky ist weg. Oh, ist das dunkel. Aber auch wenn du ein paar Mal zurückkommst, dann ist das auch weg. Ich glaube, wenn man verlässt mit Absicht, um was zu holen. Oder so, ja. Ich bin auch da. Ich glaube, das ist ja alles so hell beleuchtet wie ein bisschen Wasser, Alter. Was ist denn was hier, ey? Jetzt wird es sogar heller. Ah, okay. Siehst du? Wie hier. Könntest du aber auch woanders, wenn es wieder landet. Weiß ich nicht. Auf der drüben oder so gibt es? Wo ist es wirklich? Oder landest du eben am Rand oder so? Naja, ich fahre jetzt am Rand. Was ist denn los jetzt hier? Runter mit dir. So. Ich fahre jetzt hier ganz weit an den Rand. So. 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 Die Waffe findest du nicht, sagst du. Boah. Keine Ahnung wo die's. Habe ich es nicht gefunden. Da ist er. Da. Auf der Treppenstube. Na. Okay. Dann schnell dort rot einmachen hier. Da aufmachen. Oh! Ich freh mir gerade die übelsten Arsch ab. Guck mal. Zuerst wann du stacken kannst. Oh. Turret. Nice. Das kann ich stacken. eine Dumblewell brauchen wir beim besten Läden nicht Akaba die kann ich wischen auch stecken LSOW das kann ich, das kann ich MUNITION, Strogen, diese brauchen wir auch nicht Schrott kannst du bestimmt nehmen Akaba musstest du auch nehmen können ok Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir gehen hoch zur Flamme, das ist zu kalt. Hier können wir nichts ausrichten in der Kälte. Oh, habe ich noch einen Tod, oder? Blitze! Hier liegt noch zwei Tote. Ja. Oh, Backlash, geil. Gut, dann gehen wir zur Flamme, machen einen Cut und dann bis gleich. So, dann kannst du jetzt aktivieren. Jawoll. Ja, das ist das. Aua, das trifft auch nur. So, die aktivieren? Ja, kannst du. Ja. Aha, von der von der. Aus Südwesten. Das ist ja mein Helio, heiler. Das ist ja mein Helio. Alter, er hat jetzt 45 richtig gekippt mir um, ey. Okay, erster im Tool schon mal da. Heftig. Einer down, muss mich heilen. Ja, ja, mach mal. Das ist hier nix, wir haben keinen Heli mehr hinten. Ich werde die von hier oben scheinbar so wunderbar auch sogar alleine weg snacken. Wieder einer down. Die M2s sind die fiesesten, Alter. Neuer down. Okay, M2 ist down. Neuer down. Die M2s sind die fiesesten, Alter. Neuer down. Neuer down. Neuer down. Ach, der ist schieber um. Bin überrascht, die bleiben alle oben. Die sind jetzt hier. Down. Down. Alter, ich treffe ihn nicht. Ich glaube, das ist der letzte hier noch. Wo ist er denn? Down. Hä? Was war das? Das ist eine Schrotmonie. Ja, das war's doch jetzt. Ja, die liegen bei mir alle. 1, 2, 3, 4, 5 liegen bei mir. Zehn sind es glaube ich, oder? Ich habe keinen Plan. Gut, dann lieben wir mal. Ja. Spurt man, all was Blödsinn das Ganze herausschmeißen. Hm. Auch keiner hat. Die brauchen wir die. Wirst du so schreitern. Aber mal, Haku kannst du es decken. Ja. Hier ist noch eine Haku-Tür drin, aber die kann ich nicht nehmen. Haku-Tür kann ich nehmen. Warte mal, ist das Sprengung? Ja. Ne, Sprengung oder bin ich? 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 Also gut. Ja, ich habe einen Sprengung. Ja, eine Sprengung oder bin ich nicht. Ja, sehr schön. Hm. 14 mm Grundsatzrumpflin schluss. Kannst du ja nehmen, wenn du willst. Ähm, ich bleiblich kein Platz mehr. AK-WARIS hier oben auf jeden Fall. Hier bei mir. Hm. Uh, Haku-Platt, kannst du anziehen. und noch mehr springen links bums gewinnt es ging jetzt die 430 spritze die expo ja hier ist man es ein g party kann ich nehmen ich mache die skandage weg und kann ich die rauchgranaten wie wir noch normale geraden drin hier ist noch he expo der linke von dir passt ok 9 minuten das tue ich mir jetzt nicht an das karte ich auch wieder bis gleich technisch kann ich nehme auf jeden fall mal den kannst du lernen da um akaba die kannst du nehmen auf jeden fall kamera kann ich nehmen kann ich auch schon kann ich anziehen genau das ist schrott und das ding der hand zu werfen kann es schon gut er hat sich bewegt sagte ja das ist der fall so und lass uns jetzt schnell die abholen schon bereitgestellt gar nichts ich mag ihn nur auf dem spiel es ist ich mag ihn nur auf dem spiel es ist ich mag ihn überhaupt nicht Das ist alles unfreundlich, alles irgendwie. Ah, kommt hier. Blut, ich muss. Füßmann ist in Sicht. Du kannst ja in die Dropboxen mal reinpacken, dann können die Leute sehen, die packen jetzt so. Ja. Hä? Ich höre ein E-Dropsen. Ja, ja, ich habe auch schlecht noch vor, aber ich sehe nicht. Ich muss noch nicht aufgehen, weil ich es nicht zerlegt habe. Krass, ich sehe das. Die dachten, du bist so OP, da fangen wir nicht mal an. Guck mal, das muss doch hier. Nein, 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 der Chat geht wieder ab hier. Ich habe den Chat nicht an, was ist denn da? Ich weiß es nicht, irgendwelche Deutschen machen sich nicht mehr dort. Waren die sich? Die machen sich gerade gegenseitig fertig. Deutsche? Ja. Genau. Ich sage gute Werte, die kann ich nicht mehr erwähnen. Achso. So. Bom. Wir landen. Juhu. Guck mal schnell rein an den Mist. Nimmst du... Waren wir... Ist beide leer? Okay. Mach irgendwo ein. Mach mal die linke. Gut. Gucken wir mal. Das ist alles? Ja. Obwohl, mit dem, was ich habe, passt. Gut, als Outtake nehme ich da noch zwei Airdropsen hier. Die schmeiße ich jetzt noch. Wenn man relativ mittig müsste, dann genau hier beim Heli sein. Kann ich wieder einsortieren gehen, oder? Gut, dann sehen wir uns gleich wieder beim Outtake beim Airdroputen. Ansonsten sage ich jetzt schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüüüü. There kommen sie. Wir hatten gerade auch einen Spieler, aber der ist abgehauen. Weil... Sie sehr gut bei uns landen, aber ich glaube sogar die landen aufm Dach, Alter, ey. die land beide jeweils auf einem dach du willst mich doch wohl verarschen hast du gut geworfen hier zu mir kommt runter nein er bleibt liegen ja ich seh es einheit getroffen ist ja wohl eine frechheit ich kann ja durch aber nicht im anderen müll schmeißen oder weg naja eine turd haben wir zwei schatten schwebs eine hq platte mit schalldämpfer ja minen und schnappfaltende hose super immerhin besser ist nichts so 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 so